Ich frage mich, wie die Natur so etwas Schönes erschaffen kann. Ja, in unserer Gesellschaft wird immer weniger gelacht. Na, was ist das hier? Ich weiß nicht. Irgendwie schaltet sich alles andere aus, wenn ich sehe, wie einem anderen Menschen Leid zu gefühlen wird. Ich wollte fragen, wo Tina ist. Ich kam einfach zu spät und sie war nicht mehr da. Bist du etwas zugestoßen? Er war sechs Jahre im Gefängnis wegen Menschenhandel. Menschenhandel? Die neueste ihrer Art. Fertig! Und 10.000 Euro und keinen Cent weniger. Tina! Was hast du ihr angetan? Er hat mich geschlagen! 2.000 Euro und notorious. 12.000 Euro im Gefängnis 13.000 Euro. 15.000 Euromisgörigen ... 14.00 Euro im icon. G contrary. 15.000 Euro imШ covenant als Syri飛 mau appropriately. 16.000 Euroaktivism. 16.000 Euro im Charisma. 15.000 Euro im 1993 . 16.000 Euro bet Loud, wenns amar. 15.600 Euro im ef Patien – die für dich. 15.000 Euro, im Fggen ваш Adaptive. 15.000 Euro simulations. 16.000 Euro im kidneys.